Ich dachte Mallorca mit meinen Jungs wäre eine super Idee. Am ersten Tag schrotten wir unseren Mietwagen, ich fliege heftig auf die Fresse und schwimme den fettesten Sonnenbrand meines Lebens. Sieben Jungs in einer Finca. Unser Airbnb war wunderschön. Wir hatten sogar Pferde. Das ist aber eine Sie. Ja, sie hat keinen Pferd. Aber vielleicht ist sie schon Pferde. Okay, wir hatten ein Airbnb, aber funktioniert halt nicht viel. Der Herd funktioniert nicht, also mussten unsere 33 Eier gegrillt werden. Manager Darius hatte nichts besseres zu tun als nur zu telefonieren. Sogar im Bierkönig. Aber ey, wenn Darius die ganzen Drinks zahlt, soll er weiter telefonieren. Dann holt Darius 16-Jegashots. Ah, perfekt. Dann habe ich irgendwo eine Rutsche gefunden und ich muss die erstmal anmachen. Da ist alles an. Ah, nee. Oh. Nacktrutschen ist ab jetzt von der Bucketlist abgestrichen. Am nächsten Tag haben wir natürlich wie die Weltmeister gekriegt. Hab ich, hab ich, hab ich. Sollte ein Trick sein, Digga. Zieht! Ja! 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 Ja!